Da muss er die Folgen, die er gucken will, vorher schon mal runterladen. Ich hab ein Loch im Arm. Hä? Weil ich hier Poison Ivy hab. Die ist grün. Die filtert er grad raus. Ach so, bei deinem... Das ist ja witzig aus. Okay. Wir fangen einfach mal an. Du bist bereit? Ich bin bereit. Er ist bereit. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück beim Ranch Stream. Wir wissen schon wieder gar nicht, was wir gemacht haben, glaub ich. Wir haben eine zweite Scheune gebaut. Aber wir müssen gleich erstmal die ganzen Tierchen rauslassen. Ja, dann ist ja noch die Frage... Ich geh mal schon mal zu den Schweinen. Die werden ja eh wieder Futter brauchen. Guck mal, müssen wir auch heute unbedingt Futter kaufen. Hallo. Ich geh jetzt mal stark davon aus, dass... Wir wollten ja irgendwie... die mal auseinanderklabüstern. Ja. Warte, ich muss mal grad wieder gucken. Ich hab wieder irgendwas gedrückt. Ach, da ist es. Das ist gut. Irgendwas gedrückt. Elf von... 21. Gibt's gar nicht, ne? Die fressen hier aber auch eins. Was ist weg? Mein Ranch ist richtig am rumbacken. Wieso? Und spielbar rumbacken? Das hab ich gut gemacht. Das Problem ist gerade gewesen, dass dieser Punkt in der Mitte des Spiels grad nicht mehr da war, womit man ja alles anvisiert. Dein Cursor, ja? Ja, genau, der Cursor. Und jetzt ist er wieder da und jetzt ist rechts aber auch, wie viel kmh ich grad sparte. Ich kann den Motor starten. Ah, und du sitzt gar nicht im Auto? Ich sitze gar nicht im Auto. Was du so alles kannst. Ja, ja. Also ich bin... So. Soll ich mal ein paar Jungs versuchen... Weißt du? Wenn's dann auch die Jungs... Wir brauchen... Denk dran, wir müssen einen behalten, sonst können wir keine neuen mehr machen. Der war jetzt tot. Soll das Ding... Gern den Hühnerstall aufgelassen. Ähm, ich würde jetzt mal so tippen. Ich nicht. Ich hab ja gar nicht gesagt, wer, sondern ich hab nur gesagt, der Hühnerstall ist auf. So, geh mal schnell weg, Digga. So, komm. Kleider, komm! Die Große soll nicht mit. Zack. Zack. Komm, komm mit hier rüber. Komm, 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 komm. So. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ja, sie klingt doch mit der Arme krass. Äh, nö. So, was bist du? Junge, Mädel, seh ich da sitzen? Kann ich dich mal eben auf die Seite legen, oder so? Kann ich dich mal eben auf die Seite legen. Schön. Eigentlich sieht man das bei den Kleinen ja auch ganz gut, ne? Ja, eigentlich schon. Ah, hi, Jodie. Jodie, wir haben eben schon von dir gesprochen. Jomei. Grüezi, Jodie. So, ihr Hühnchen müsst jetzt mal raus. Ach so, ich wollte gerade sagen, ihr fehlt ein Schwein. Äh, ja, das ist ein bisschen spontan. Also, ich hatte in meinem Kopf das schon länger geplant. Äh, Andy wusste dabei nichts von. Du hast in deinem Kopf schon länger was geplant. Das ist... Du, wir sind... Oh, wir haben ja noch gar nichts zu essen in dem neuen Ding. Das kann sein. Ich hol mir mal eben was. Ja. Blüpp, blüpp. Einmal habe ich noch. Nein, ich stelle mir im Kopf dahin. Ist aber auch mal wieder ein Wetter hier heute. Ach, ein Eis. Ich bin dieses Ding ja krass. Frischer Abend, um jemanden kennenzulernen, auf die Seite legen, um zu sehen, ob Mann und Frau... Ja, so läuft das heutzutage. Vor allem, um die Zitzen zu sehen. Entschuldigen Sie, können Sie sich aber bitte auf die Seite legen, dass Sie nicht Ihre Zitzen sehen können. Haben Sie Zitzen, legen Sie sich mal auf die Seite. Das ist schön, ey. Oh, fuck. Ne, das war die Map. Wie war denn das bauen? Wie war denn das noch? So. Das fängt ja schon super an. Ach, das ist ein Mittelkopf. Wir brauchen... Wie heißt denn das hier? Einmal Futter, einmal Wasser, ne? Zwei Pflicht, ja. So, die ganze wieder da rein. Zack. Ich finde dieses Eier, die so klasse, ne? Ich hätte es auch mal gebrochen können, als ich ein Hühnchen hatte. Okay. Ähm. Ja. Wasser. Haben wir denn noch Bräder irgendwo? Ja, ne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wenn hinter der Scheune. Wenn hinter der Scheune, ne? Ich kann ja mal eben gucken, ich bin ja gerade hier. Da müssen irgendwo Segen stehen. Oh ja, da ist doch was. Ach, das ist ja herrliche Wetter. Ja, das solltet ihr euch halt auch noch gewittert. Okay, herrkackst du? Bitte? Ist es gerade laut? Ja. Ob es für euch halt auch noch gewittert zu sein? Ne, gewittert glaube ich nicht. Okay. Bei uns halt hier eigentlich gewittert. Mal gucken, ob es was wird. Ah, okay. Auch noch gewittert. Das gibt es ja gar nicht. Was? Wie viel geht denn da rein? Oh, 16. Ja, Namenschulle. Hallöchen. Es ist ja eigentlich freudig überraschend. Ja, ich werde hier heute los hier heute. Es ist so laut, dieses Gewitter. Ja, ich verstehe Malibu gar nicht. So, als wenn du flüsterst gerade. Klar. Ja. Klar. Ich kann mich nicht auch gerade nicht spontan lauter stellen. Das tut mir leid. Das wird dann nicht bestellt. Kannst du nicht das Mikrofon wenigstens kurz mal essen? Ich bin quasi da schon drin. Ja, das ist gut. Das wird sich sehr gut machen. Das wird besser. Das ist wie in der Träume. Das kommt mir voll doof vor, weil es mega leise drin ist. Und ich verpicken wollte. Das ist ein Lippelstück da, das jetzt gerade. So, ich bin schwanger. Heide, du fickst dich vor. Ja, das ist ja schön, wie sich das Spiel entwickelt hat. Wir gehen jetzt sitzen jetzt oder allgemein? Wolltest du nicht lieber irgendwie rüberlotsen? Zwei habe ich schon. Ach so. Und dann habe ich mir überlegt, die brauchen ja auch Futter. Richtig. Dann können wir noch einen. Gehen wir mal mit. Ja. Dann können wir durchkommen. Ich habe das Futter schon hier. Jetzt muss ich aber erstmal einen Trog bauen. Und wir brauchen auch gleich noch Wasser. Sonst gehen die uns hier lecker. So, Wasser wäre fertig. Keine Futter. Ich hole nochmal den Rest. Mein Wasser kriegt man hier eigentlich. Oh, ich gucke mir das so doof, Bred aufzunehmen, ey. Ich kann doch ja nicht. Ich will nicht stehen. Wie geht denn Lippel im Allgemeinen? Ja, das ist halt... Sonst klappt das halt nicht so gut mit dem nicht zweideutig sein. Ich mag zweideutig sein. Ja, das ist doch viel zu langweilig ohne. Oh, was ist denn hier? Der ist wohl dicht. Hallo. Hallo. So. Guck mal. Es gewittert wirklich so laut, dass ich kaum die See gehöre. Die ist ja eigentlich immer schon laut. Krass, ja. Die haben jetzt hier auch so einen riesigen Stall, die Schweine, ne? Ja, gut. Und dazu können wir ruhig nochmal eine Kuh stellen. Die können wir ja noch anders gestalten oder so. really gut. Wir gehen immer da mal an vier, damit wir nicht weg werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 drei, vier. Und dann, die A-Heber. Boah, ich brauche noch zwei. Boah. Ja, zwei, eh, wahr? Also einen muss ich da nochmal eben durchjagen. Klar. Was ist das für die Wälder? Wer hat jetzt den Gazané überlegt? auch es geht schon schlimmeres so jetzt kann ich den schon mal einmal essen geben mehr haben wir nicht einmal steht hier noch um es steht noch einmal das brauchen wir wahrscheinlich schon wieder für die anderen das kommt jetzt auch an sehr wenig trennen weißt du aber du hast ja jetzt ein paar hier drüben ja also wir müssen für hier glaube ich für die neuen oder alter die haben gekackt wir haben diesmal echt viele eber dabei okay warum ist eigentlich immer wenn wir neu anfangen zu spielen das licht aus ich weiß ich wiederhole mich ich sage ja etwas aber mich interessiert warum schule ist multitasking fähig es wurde mir gerade angezeigt dass er zockt und das machen viele glaube ich so nebenbei ein bisschen stream an ich kann mich aber nicht sogar so gut konzentrieren findet aber von meinem spiel abgelenkt es gibt so viele leute das können ich kann das auch nicht podcast kann ich mich so ein bisschen konzentrieren weil da könnte ich dabei nichts anderes machen welchen podcast höre dann höre ich ein podcast da kann ich nichts anderes tun so da ist die frage müssen wir müssen schon irgendwie ein bisschen geld machen oder ist das hier lieber ja alles eber sind noch einige große drüben hast du mal hinter mir zu ich mache schon alles gut wahres an ich bin danke ja komm wir gehen spielen mein kleiner das ist gut die ist recht ich zeig dir mal wie ein wurst machen geht das ist auch eine wurst machen zeig ihm mal wie das geht also ich nehme jetzt wirklich die meisten eber mit rüber nicht alle die ganz jungen noch nicht und natürlich brauchen wir hier noch mal ein zwei die ihre schwestern besteigen ja für die man jetzt mal sagen wie es ist nein ich hab schon wieder keine patronen ja so habt ihr viel spaß so komm mal mit hier dann muss ich nicht immer so weit latschen mit dem fleisch komm mal direkt am tisch kommst du jetzt am tisch haben wir was schönes hinbauen irgendwie ist unser schwein zusammengebrochen das ist sonderbar macht das sowas öfter kommt sowas öfter vor leider ja ach wir haben ja jetzt alles wir haben ja alles beides elektrisch alles elektrisch also mal hineinlegen einschalten hier brauchen wir gerade nichts ach ich habe gar nicht hingeguckt irritiert ach so guck mal gerade ob man könnte ja tatsächlich kann man in der scheune einen zaun ziehen dass die hälfte schweine sind und die andere hälfte kühl ja wir können dann ja in die andere richtung müssen wir glaube ich nochmal das hintere aber abreißen damit wir da ein tor rein machen können damit die besser dann können die nach hinten raus auf eine weide weißt du sonst müssen wir die alle immer durchs tor drängeln das stimmt das ist vielleicht auch nicht so mega geil weil der stall ist jetzt so echt riesig hier mit ein paar schweinchen da könnte man sich hinter dem reich abtrennen für die kühe und nach hinten raus und noch eine koppel machen alter wie es explodiert brauchst du noch ein schwein immer wenn du noch einen großen eber hast ja so mittelgroß dann nehmen wir den mit weil wir brauchen ja auch geld wieder jetzt die fressen uns ja die haare vom kopf komm mal mit geh da mal weg du kleiner mann du bist da nicht dran auch hier ne licht wieder aus das gibt's ja nicht das will dich ärgern ja ich glaube auch das ist so das spiel weiß das dass ich mich darüber ärgere ja also zack tja weiß eigentlich jemand wann die Ziegen kommen sollen doch Ziegen und Schafe geben ich wollte gerade sagen ich weiß noch nicht wann meine Feierabend hat aber schön das hast du toll gemacht oder Hammer wenn sie das wieder hört ich will das gar nicht machen ich will das nichts tun mir wirklich leid guck mal er schnuppert an seinem er schnuppert an seinem Bruder komm mal da raus warte ich hab grad fast auf dich geschossen warte 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 ich hab nichts kein ich hab keine hängt fest da bist du denn okay so geht's auch ging mir so ein bisschen besser wo ich nur in seinem Po gesehen habe und nicht sein Gesicht dabei ich finde dieses Geräusch okay ich sollte deinem Freund sagen er darf dir nie den Po entgegen strecken du kannst mal einmal Schwein schon mal so zwölf Stück oder eine Kiste hier voll machen nur mit normalem Schweinefleisch okay weil so viel Wurst kann ich gar nicht machen zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf weil ja genau ich mach das ist jetzt die volle okay ich mach jetzt ja nur noch eins zwei drei vier Wurstchen und dann ist Schicht im Schacht da können wir noch Buletten machen können wir auch aber Buletten waren bis noch nie so angefragt beim nee ne beim Kollegen da hinten okay du machst das super ah es ist trocken schön das heißt es ist auch nicht wieder so es ist nicht mehr so laut nein man kann uns wieder gut hören kann man mich denn gut hören oder bin ich dolle zu leise mir wird ja immer gesagt dass ich zu leise bin ich glaube du hast doch einfach nicht so wie ich so eine so eine passige männliche Stimme wäre auch blöd als Frau ganz ehrlich ein bisschen wenn du nicht gerade Wrestlerin werden willst oder so ich hatte eigentlich vor das als weites Standbein aufzubauen dann solltest du Hormone nehmen geht also falls du die Stimme haben möchtest muss ja nicht nee nee ich bin ich glaube ich bin ganz zufrieden so du in der Küche dein Freund kommt rein Schatz geht's dir gut was machst du da was nimmst du da für Tabletten Steroide ach Mensch ich wollte an Butter gucken 11 von 21 war da noch ein Körtelchen nein ja es ist die Frage jetzt habe ich einmal Würste wieder durch die sind ja morgen erst fertig ja wie viel Geld haben wir 78 78 dann müssen wir ja ein bisschen Schwein verkaufen damit wir Futter kaufen können für die Tiere das stimmt aber wir sollten dann vielleicht ich weiß nicht wann die Geschäfte zumachen jetzt ist es schon gleich sieben ähm da wird nehmen wir noch kein zu lang auf wie kann der Tag nicht mehr rumgehen naja wir haben zu Anfang ein bisschen rumgeeiert ja ok also entweder sollten wir die Schweine reinbringen also nein wir sollten die Schweine reinbringen bevor wir wegfahren ok und hier ist kein Wasser bei den Schweinen ist halt die Frage mache ich noch eine Kiste voll ja ne 1 2 3 4 wo war denn diese Eimer 5 6 7 8 9 10 ja ist nicht ganz voll aber das ist ja nicht schlimm achso ich kann auch Licht an ich denke mir die ganze Zeit man ist das dunkel hier hat der Papa wieder das Licht ausgemacht wie sieht es denn aus haben wir schon wieder Hühner die groß sind ja 1 2 guck mal wir können auch Hühnerfleisch mitnehmen schön was hast du eigentlich dagegen dass ich immer die Hühner töte weil es Hühner sind eigentlich eine Hühnermami war ja gut ja um den Settet einmal anzubeheben und abzunecken alter das ist da bei mir immer Geräusche macht ich bestimmte Tasten drücke macht er mir bei Discord ich kann ihn einmal nicht drehen ich bin zu behäbig dafür ich sag da jetzt einfach mal nix zu danke ich dreh die Maus wie verrückt ich lass das Hühner oder die Hühnchen erstmal so wie sie sind die die ich mir jetzt schnappe obwohl wir lassen 2 2 große hier drin dann passt das vielleicht mit dem Brüten besser in dem kleinen müsste am besten sowieso ein großes Hühn drin bleiben weil ich hab da ja befruchtete Eier reingelegt ja ja also das ich hab mir jetzt überlegt das machen wir 2 ok das ist aber nett ich hab jetzt eins soll ich einmal losfahren willst du mit ähm ich kann auch mitkommen ich wollte nur kurz den ähm Schwein etwas Wasser bringen ah ja stimmt das hatten wir auch noch nicht weil die hinten gar nichts hatten ok du bist also hinten ne ja ja ein bisschen Essen haben die noch aber nicht viel die brauchen auf jeden Fall nachher noch was ok oh ich hab noch da bring ich hinten gar mal die Schweine rein ich hab noch ein Männchen gefunden komm mal mit kommst du mit ja da sind noch einige Männchen dran ja eben einige ist schon fast eigentlich zu viel komm ok ich komme bitte nicht aber schön ich hab das Gefühl auch einige Metalllampen dass der ein bisschen äh größer ist hier der Laden laufen die ein bisschen besser rein das stimmt die andere ist ein bisschen verwinkelt vorne ne mhm wir sollten glaube ich das Ding da wieder abreißen auch ja so zu Wasser haben sie Essen hatten sie auch ja das zweite Mal auch ja ne na na wie kommst du jetzt die sind einfach zu dick echt mal oh ich kann Eimer halten und die Schweine alleine das ist auch schon mal gut zu wissen ja so kommt mal mit rein komm schön nach hinten durch hier ich mach mal eben das andere Ding hier wieder weg so jetzt ist es nicht so verwinkelt ja das ist gut oh es ist ja so schön nach Regen bei uns herrlich bei uns noch nicht es hat für ihn ein bisschen gestüppelt dadurch hat es sich ein bisschen abgekühlt das war ganz angenehm weil es war so schwül so ich glaube das waren alle du kannst zumachen ja hab ich sie sind ja auch alle umgefallen alle bis auf eins das ist neun würde ich sagen dann können wir auch gar nichts mehr verkaufen ich weiß nicht ob die Läden zumachen okay wir können mal hinfahren ja müssen wir ey sonst haben wir oh guten Abend hallöchen so so Hühnchen noch einsperren erst mal ja quack oh die haben mich da auch schon so süß quack quack ja Hühnchen und mach quack ja ja das liegt wahrscheinlich wiegen meinen Enten so die haben noch was zu essen die haben auch noch Lüge Tränk haben die noch Lüge Tränk ja die haben auch Hilfe also bei den großen Hühnern ist alles gut hier bei den kleinen muss man mal gucken ob die sich irgendwo noch versteckt haben die haben nix mehr zu essen und nix mehr zu trinken oha außer hier in der Mitte steht noch was ne dann hol ich mal den Futtersack von den Schweinen oh wir haben ein totes Hühnchen äh was ja hier steht häuten oh nein hab ich gehäutet so ich mach mal Wasser mh weil das immer so gut funktioniert ja die großen sind auch schon drin ne ja ok also es zeigt alles an was es tun könnte beim Auto aber es gibt doch gar keine Pferde mehr ja warum war immer ok 0 von 7 oder Krippel mit Wasser füllen mach da nicht doch die nehmen A das ist Wasser oder was ne was nicht bei den Hühnern ist die Rechte das Wasser wo ist denn mein Eimer hin hä 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 ja schneidert die ganze Zeit äh ich hab den doch aufgenommen weil ich denke mir eben warum geht das nicht warum kann ich da kein Wasser reinfüllen nicht Ochse ja jetzt steht der Eimer da was das für Blödsinn tack klatsch ja fahren wir nochmal los ich weiß nicht ob das funktioniert ne ja ansonsten vielleicht finden wir irgendwas das wir noch mitnehmen wollen oder so nicht aber jetzt war sie nichts wird schon passen wieder regnet das ist doch wirklich ekelhaft licht die musik die ich angeschaltet habe schöner der classic ja der andere war ja mal so da habe ich letztes schon wieder urheberrechtsverletzung gehabt ja schön beim stream ist das dann immer so dann wird der teil wo das lied läuft stumm gestellt wenn das im nachhinein dann online ist sollte man andere musik anmachen ja aber ich meine da sind auch nichts was man sonst so hört nee du bist schon einmal rumgefahren du bist am laden vorbei echt ja kannst weiter fahren ich sehe nichts das ist hier gerade dunkel wie im rattenarsch ja wenn der so dunkel ist und jetzt ist auf der linken leise der laden ich glaube das ist kein gutes closed wir brauchen noch futter für die tiere ja müssen morgen gleich ganz früh los aber dringend ja sonst sterben die uns alle weg ach so doch fahr du mal vielleicht kannst du ja mehr sehen als ich haha ist ja lustig ich glaube meine neue beleuchtung die ich mir gekauft habe blendet mich zu sehr ich gehe gerade aus und dann links naja wir feiern aber hier option video auflösung gamma gamma ein bisschen ruh jetzt habe ich es nicht gesehen ja jetzt da war ein kleiner hügel okay du musst ein bisschen nach links ja aber eigentlich muss ich eben diesen hügel erstmal rum ja ja die fallen eher so nach hause oh gott da bleiben wir gleich stecken ja ja eh da kommen wir noch nicht durch klar das schaffste jetzt müsste hier irgendwo ja entweder du fährst weiter links dann muss ich lang dann müssen wir auch unbedingt jetzt ins Bett gleich ne ja 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 da ist doch der weg neben dir irgendwo also wenn wir denn nach hause kommen wenn wir nicht gleich die nacht durch machen oder in der natur hängen geblieben sind schön nix passiert wir gehen schlafen ja ich mache aber mal den zaun hier zu vorsichtshalber einfach mega geil so machen wir hier ich mach das Lampe an Lampe Lampe ja schön ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020